Okay, das schaffe ich nicht allein. Das sieht so schräg aus. Das kann ich auch nicht bedienen. Weil der Strom fehlt. Ah, wir brauchen 18 Leute. Was ist das für ein Intervall? Okay, 18 Leute brauchen wir. Dann gehen wir doch mal an versuchen. Nee, erstmal links. Ja. Auch die kann ich nicht befreien. Dann brauche ich mehr Muskelnmasse. Das sieht unschaffbar aus. Dann gehen wir halt nach ganz unten. Hm? Ja. 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 Hm. Komme ich hier jemals wieder raus? Wahrscheinlich nicht. Was? Jump. Und jump. Okay, dann können wir wahrscheinlich gleich die anderen hier unten steuern. Oder auch nicht. Dann folgen sie uns halt. Auch gut. Könnt ihr mich jetzt hier vielleicht hochheben? Das geht sogar. Okay, nice. Kann ich denn... Kann ich nicht ausziehen? Okay, sie folgen nicht. Gut. Es wäre jetzt doof gewesen, wenn sie unter den Lift gegangen wären. Es sind schon mal... Fünf. Vier. Fünf. Dann kommt man mit, Kompadres. Okay. Wahrscheinlich müssten wir den hier runter tun. Dann kann ich hoch und reinspringen. Warum auch immer ich das machen sollte. Ich habe keine Ahnung, was hier der Sinn dahinter ist. Leute. Wieso habt ihr denn jetzt verschoben? Wieso habt ihr denn jetzt verschoben? Müsst mir doch nicht folgen. Oh Mann. Das ist schön gut. Follower zu haben. Aber doch nicht so. Was mache ich hier bloß? Was bringt mir das alles? Hä? Was sind denn hier drüben auch noch welche? Was ist denn hier drüben? Was sind die drüben? Was sind die drüben? Was sind die drüben? Ich glaube ich habe es gesehen. dann können wir das ganze etwas höher springen und ich auch drei stück sind schon mal acht Put, put Toll, Patschig Brauchen wir den Wagen hier irgendwie noch für irgendwas? Keine Ahnung Ich nehme ihn mal vorsichtshalber mit, so dass es geht Dann halt nicht Hier unten haben wir jetzt glaube ich alle Gehen wir hier in der Mitte nach links um das Tor zu öffnen Ich halte sich das Spiel ein bisschen mit diesen ganzen Laufwegen in die Länge Aber gut Kann man ja nichts machen Also das ist jetzt schon gerade nicht unbedingt so spannend Es wird einer mehr Und das sind drei mehr Ne vier sogar Hä Achso Das Ganze muss ins Rund kommen und dann muss ich wieder Ne Wieder umschalten, dass sie hier oben landen Das war zu langsam Wahrscheinlich mit dem roten Licht Ja Ja Nice 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Die kann man nicht zählen Wollte ich nicht aber es sind 14, wenn ich es richtig gesehen habe einer stand noch ganz hinten, einer war drauf 16 dann fehlen wahrscheinlich noch 2 was war oben nochmals, ich weiss gerade nicht mehr 19 eigentlich kann ich ja mal schauen noch 4 fehlen, ok dann haben wir es ja gleich dann sind das wohl die anderen, die noch oben sind alle mit an Bord bitte und hoch hinaus geht es das war denn oben jetzt nochmal bleib mal kurz dort drüben bitte wie mies oder hart und einfach unten auf die Plattform legen obwohl er tot ist sonst ist hier nichts gut haben wir jetzt ein mehr, dann sind es noch 3, die fehlen fangt mich ja noch 3 Stück was war denn hier links ah, der Käfig bye, habt Spass ich hoffe die haben überlebt aber glaube ich nicht schon ein bisschen mies alle mit an Bord bitte dann haben wir hier alle nee die haben nicht überlebt oder doch so halb die haben doch überlebt ok, gut wie die sich bewegen sieht so tollpatschig aus dann können wir jetzt hier das Tor öffnen was ist das bitte holy smokes ja gut die Kiste hat es nicht überlebt und wenn das die Kiste nicht überlebt überleben wirst du es wahrscheinlich auch nicht oh shit komm, 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 komm schaffen wir das? holy shit keine Leitung go, 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 go okay, man muss wahrscheinlich dort drüben anhalten vielleicht ist es wahrscheinlich egal oder besser gesagt die Leitung kann man schaffen kann man doch nicht schaffen und die gar nicht anhalten wieder ein Rätsel das mich vor ein Rätsel stellt ich schau mir die Lage dort oben nochmals an vielleicht kann man es ja schon schaffen vielleicht kann man es ja schon schaffen oder man muss es gut timen oder man muss es gut timen das wird knapp okay jetzt, 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 jetzt jetzt, 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 sieh gut aus 2 Das war zu spät. Das sind Dummies. Test-Dummies. What the hell? Alter, was ist das für eine Maschine, die die haben? Go, 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 go! Oh, das war knapp. Ich glaube, das wäre uns um die Ohren geflogen. Okay. I see. Jetzt springen. Das muss man sehr gut timen. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's.